Halt! Stopp! Aus! Was ist denn passiert, Tina? Verschenkst du deinen Vorsprung? Ach Quatsch! Amadeus hat einen Schuh verloren. Gibt es nicht. Er ist doch erst letzte Woche neu beschlagen worden. Trotzdem, ein Hufeisen ist weg. Der Schmied ist ein Schlamper. Und unser Wettreiten im Eimer. Ach, ausgerechnet, wenn ich am Gewinnen bin. Ist wohl doch nicht dein Glückstag heute. Das steht noch nicht fest. Hufeisen bringen immer Glück. Auch Verlorene? Klar. Vorausgesetzt, man findet sie wieder. Na, dann lass uns gleich suchen. Bloß wo? Den ganzen Weg zurück? Schon kapiert. Ene mene Geigen frisst, zeig mir, wo das Eisen ist. Hicks, Hicks!